Musik Oh, musikalischer Sidekick. Ja, oder musikalische Moderation. Was heißt das eigentlich? Ich sitze mit meinem Flügel oder mit einem Piano und meiner ganzen Band wahlweise an der Seite auf der Veranstaltung und unterstütze Ihre Veranstaltung musikalisch. Ich sorge dafür, dass, Sie kennen das vielleicht, diese awkward silence moments. Ich sorge dafür, dass genau die nicht awkward sind, sondern dass sie mit Emotionen und mit Musik gefüllt werden. Sie haben beispielsweise ein Gala-Dinner. Wir können mit unserer Band dafür sorgen, dass sie einen guten Empfang haben, der ordentlich musikalisch begleitet wird und sie auch ordentlich musikalisch empfangen werden. Und auch ihre Veranstaltung musikalisch hochkaritig begleitet wird. Den ganzen Abend, wenn Sie wollen.